Nein, 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 ich muss sie töten, ich muss sie selbst töten, ich muss sie selbst töten, nein, 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 so Leute, wir sind heute mal unterwegs in der Einhorn-Mod. Wir sind tatsächlich als Einhorn unterwegs und haben wieder spezielle Fähigkeiten. Ihr seht es schon, oh mein Gott, gemeinsam mit Danny, beziehungsweise Danny ist halt Imposter geworden und Leute, wir haben sehr, sehr viele Fähigkeiten, Aber bevor wir uns zum Einhorn verwandeln, müsst ihr nochmal ganz, ganz flot den Like- und Abo-Button verwandeln. Und zwar einfach mal draufdrücken auf den Abo-Button und auf den Like-Button ebenfalls draufdrücken, denn das würde mich wirklich sehr freuen. So, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier ganz kurz die Lichter aus und dann verwandle ich mich auch schon jeden Moment in, äh, ja, in das süße Einhorn hier, würde ich mal sagen, ne? So, und da sind wir auch schon, oh mein Gott, wir können nämlich wohin fliegen. Wo sollen wir hinfliegen, Leute? Wo sollen wir hinfliegen? Ich würde sagen, ich, äh, begebe mich erst mal auf den guten alten Beats, ne? Oh Gott, da hinten, da hinten ist er, da hinten könnte ich mir den Beats jetzt schnappen, ne? Könnte ich mir theoretisch schnappen, also ich muss jetzt wohin klicken und dahin fliege ich quasi. Oder Olek, Olek könnte ich mir jetzt holen. Olek hole ich mir, oh mein Gott, oh mein Gott, und so. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, das war ja super knapp, das war super knapp. So, jetzt kann ich auch noch, ähm, Scheiße auf den Boden hauen, ihr habt es gesehen, und, oh mein Gott, nein, es hat keiner gesehen. Ich und Friedrich kamen gerade von Upper Engine und sind in der Cafeteria gelaufen und da haben wir dann die Leiche gesehen. Die war ziemlich am Anfang. Also ich war auf jeden Fall in Engine. Ne, nicht in Engine. Erst war ich in Reaktor, dann war ich in Low Reaktor und dann war ich in Electrical und ich habe auf jeden Fall Luca gesehen, also Friedrich und ich glaube Dürx müsste auch gewesen sein in Electrical, noch was Grünes gesehen, oder? Ja, ich war auf Electrical. Warte mal, wo war, Beats, wo warst du? Weil ich habe nicht gesehen, du warst mit mir doch rechts, äh... Also ich habe mich zumindest da bei Navigation laufen sehen. Wo bist du denn da nach Rändern gelaufen? Navigation? Ja, du warst kurz da in dieser Ecke Navigation. Ja, ja, ganz am Anfang. Dann bin ich oben über Cafeteria rüber gelaufen und dann war ich kurz in Security drin und dann habe ich links im Reaktor meine Tasks gemacht oder wollte gerade anfangen die Tasks zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nach 19, äh, bis äh, ja, dann reportet wurde. Achso, okay. Aber Anja hat mich gesehen und Danny hat mich, glaube ich, gesehen in Security. Wo lag die Leiche jetzt? Ich habe es gerade irgendwie über Hort. Cafeteria. Kann natürlich sein, dass ich auf dem Weg rüber die Leiche getötet hatte. Ja, das kann sein. Ja, ich dachte erstmal, ja, egal. Ja, gut. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die da schon lag oder was. Also ich bin relativ, ich bin einmal so oben rumgelaufen, weil ich hatte in Cafeteria oben links diese Tasks, aber hier unten. Ja, genau, genau. Also zwei Zweiklinikons kann man gar nicht einstellen, glaube ich. Ai, 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 ai. Oh mein Gott. Kritische Angelegenheit, würde ich mal sagen. Wieder die Lichter aus und ich verwandle mich wieder in ein Unicorn. Oh mein Gott, Leute. Wir fliegen jetzt gleich auch erstmal davon, würde ich mal sagen. So. Und die sind hier alle an einer Stelle, sehe ich gerade. Deswegen muss ich nochmal ganz kurz einen Moment abwarten. So, Beats läuft jetzt hier weiter. Okay, Beats läuft weiter und kann ich vielleicht zwei auf einmal holen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet. Danny läuft mir jetzt hinterher. Kann ich auch in den Wendt reinsteigen? Nein, kann ich tatsächlich nicht. Kann ich tatsächlich nicht. Ich mache einfach mal ganz kurz hier unten links zu, damit ich halt jetzt nicht unbedingt auffalle. Oh, 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 oh. Hallo. Hallo. Wo war denn die Leiche? Die Leiche lag in Storage. In Storage? Und bei dem Ding, wo man den Müll rausbringt. Und mein Müll? Wer war gerade in den Camps? Danny und ich, wir waren jetzt... Habt ihr was gesehen? Nee, also wir sind halt über Storage gerade noch zusammen gelaufen. Also ich kam jetzt vom unteren Bereich von Storage und Danny von... wo kamst du? Achso. Links in dem Gang zu... Hä, aber wo war denn die Leiche angeht? Also ich bin jetzt... Bei dem Müll, bei der Müllaufgabe unten. Da muss die frisch sein. Und links im Gang zu Electrical lag auch ein Haufen. Nee, der Haufen lag da auch nicht. Ja, doch. Ja, ja. Das ist eine gute Frage. Das ist nicht bei allen. Als ich da jetzt vorbei gelaufen bin. Als ich dabei gelaufen bin. Ist das Licht bei allen zu hell, wenn das aus ist? Oder... Das ist, glaube ich, mir auch schon gewundert. Ja. Die ist ziemlich hoch. Okay. Wie backt das ein bisschen? Heute mal ist der nächste Redestock... ...Tournier bei mir, ne? Heute ist nicht so viel Rederei. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe Kerbo gesehen. Zuletzt mit mir in Edmund. Und deswegen kann ich auf jeden Fall Kerbo ausschließen. Luca und Diox proven, weil die beide noch mit mir in... In Navigation. In Navigation waren, genau. Ja. Das heißt, das war mir nur noch... Eigentlich konnte dann Beats und Danny proven, aber... Ja, einer ist nicht nur unter uns. Hm, wer ist denn unter uns? Ich frage. Ich habe Gornix gemacht. Gornix? Ich meine, die standen zuerst in Cafeteria rum, hat Friedit gesehen, da bin ich runter zu Admin, dort hat mich Pharao gesehen und dann habe ich unten ins Deutsch Gleiche gefunden. Klingt für mich sinnig, aber es ist gerade schwierig... Ah, gut gemacht. Alter, also jetzt wird's... Ich hab doch nichts gemacht, gar nichts. Ich wollte nur Among Us spielen. Ich hab doch nur Among Us spielen. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Also, keine Ahnung, was da jetzt genau Sache war. Anscheinend bugt das wohl, wenn ich irgendwie ein bisschen... Ja, sabotiere. Ich weiß auch nicht genau, warum, weshalb. So, ich transformiere mich mal ganz kurz und ich würde jetzt einmal ganz kurz rübergehen zu... Diorx. Oh Gott, ich blicke hier die Scheiße hin, würde ich mal sagen. Oh Gott. Und wieder mit... Oh mein Gott, wir haben uns eingetönt. Eingetönt, haben wir eingetönt. Nein, ich muss Cafeteria zu machen. Story, ich mach auch zu... Story, ich mach auch zu... Nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich muss ihn töten! Ich muss ihn selbst töten! Ich muss ihn selbst töten! Nein, 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 ich kaufe! Jawohl! Okay, okay, ich muss weg, Leute. Ich muss weg, ich muss... Ich muss... Nein! Uuui! Ich habe jetzt abends das Einhorn noch gesehen. Uui! Ich kam nämlich gerade von oben und ich habe gesehen, dass du davor standst, Kerwo. Ja, ich habe die Leiche gerade gepostet. Und da lag auf den Haufen und das Einhorn war im Atmen-Table. Herr, aber warte mal ganz kurz. Kann der Imposter durch diese Dings sterben? Durch den Code, sage ich jetzt einfach mal. Weil, kann sein, dass du da ja durchgerannt bist. Herr, das Einhorn lag ja dort. Er stand ja dort. Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich sag's mal so. Ich war aus der Leichtum-Reedstock. War auf jeden Fall in Navigation. Hab grob nichts gesehen. Deswegen hat er mich aus dieser Situation komplett raus. Außer mein Problem. Moment, 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 Moment. Dann bist du ja extra Sarst, Faro. Hä, wieso? Kann das jemand proven? Kann das jemand proven? Ah. Ich kann nicht dafür, wenn du einen Haufen setzt und dann hier Luca da reinrennt, dann doofweise. Woher weißt du, dass Luca gestorben ist? Ah, komisch. Woher weißt du, dass Luca gestorben ist? Weil Chaos gerade reportet hat. Macht doch logisch Sinn, oder nicht? Ach so, ich weiß nicht, wie viel da schon tot war. Also, ich hätte jetzt ein kleines was auf Danny, weil Kerbo, Danny und ich sind am Anfang nach Navigation gerannt. Ich bin dann noch runter zu Shields. Kerbo und ich sind rübergerannt und Danny ist anscheinend schon früher runtergerannt. Ich und Kerbo, also Kerbo, ist dann vor Storage Stuckwin, als die Tünze gemacht worden sind. Ich war nur kurz in Communica... Ne, doch, Communications, aber einen Download gemacht und Danny war heute doch schon weg. Also, würde Danny's hassen. Boah, schwierig. Wir wissen eh alle, worauf es denn ausläuft. War's okay? Ich dachte eh, Faro war okay. Ich hab diesmal einmal Faro gebaut. Ich bin eher aber ehrlich. Weil ich nicht wusste, wie ich worten sollte. Ich wusste nicht, wie ich worten sollte. Der, der sagt... Ich hab's einmal gemacht, oh Spaß! Einmal ist... Ich hab das die nächsten paar Mal nicht gemacht. Ich schwöre... Der, der sagt, dass mich nicht rausgebrochen werden, so in der nächsten Runde... Der wortet mich jetzt. Einmal, sorry! Okay, Leute, das sieht gerade gar nicht gut aus. Wirklich, es sieht gar nicht gut aus. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie mehrere Leute auf einmal finden oder killen kann. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich muss über Charge gehen. Auf jeden Fall muss ich über Charge gehen und versuchen, mehrere auf einmal zu töten. Wenn ich zwei auf einmal töten kann, das wäre einfach perfekt. Oh, Kerbo ist da. Anja ist auch da. Okay, ich seh's gerade. Dann kann ich jetzt erstmal Kerbo holen. Perfekt. Und jetzt muss ich noch einmal Anja holen. Über Electrical. Komm, 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 komm. Das schaffe ich. Electrical ist jetzt zu. Und jetzt ist hier Anja. Ich wollte gerade an den Voten gehen. Ey, was war das da an Atmen mit dir, Pett, Digga? Ich habe mich klar nicht bekommen, Digga. Ich wusste, ob du mich killcats normal oder nicht. Ich hätte mich irgendwann hergerannt, wollte ich reporten, es ging. Pett, 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 Pett. Hätte ich zwei Sekunden gewartet, wäre es vorbei gewesen. Ich musste es machen. Ich hatte gerade das Verlangen, Kurt von mir zu kriegen. Ja, war doch eine lustige Runde. Ja, war doch. Ich wusste, also war der Anja. Ich wusste schon. Ich wusste, noch war der Anja. Ich wusste schon. Ich wusste schon. Untertitelung des ZDF, 2020